Mein Name ist Alexander und ich bin Mechatroniker bei der Mino Lokalbahn. Ich befinde mich in der Werkstätte in Zostorf unter einem Schienfahrzeug. Hier mache ich heute eine Aerogienuntersuchung bei den Bremskomponenten und überprüfe einerseits die elektrische und mechanische Funktionen und da stelle ich jedenfalls die Bremsbeläge aus. Durch unsere Routineuntersuchung und Wartungen gewährleisten wir, dass unsere Skifahrzeuge und unsere Fahrgäste sicher und zuverlässig von A nach B kommen. Mir gefällt besonders an mein Job, dass er sehr abwechslungsreich ist. Jeder Tag ist anders. Und auch dazu ist es spannend zu sehen, wie so ein 36 Tonnen schweres Fahrzeug in Bewegung kommt und wie die Technik dahinter aussieht. Hast du auch Interesse an der Mobilität in Wien und in Österreich? Dann sehen wir uns vielleicht einmal bei der Partnerbahn. Bis dahin, einen schönen Tag! Bis dahin, dann sehen wir uns heute Abend. Bis dahin! Bis dahin! Bis dahin! Bis dahin! Bis dahin! Bis dahin!